Das kriegen wir hin. Welche Mütze soll ich denn nehmen? Man denkt, du fließt weg. Dann gibst du jetzt richtig Mühe, dass ich wieder heil hier oben ankomme. Viel Spaß bei der größten Mauer Deutschlands. Hau rein, Juma. Ich weiß nicht, dass du gut bist. Musik 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 Doch, ja, die Aussicht ist geil. Oh, richtig hübsch hier übrigens. Coole Aussicht, doch. Na, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. So, dann machen wir wieder einen kurzen Puddelstopp hier. Ja, ne? Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. So, dann willkommen wieder unten. Moin. Und wie war es? Gut. Hat Spaß gemacht. Und jetzt ist es richtig Stress. Hier hoch. Runder ist herrlich. Hof ist scheiße. Bis du die Treppe hier hochgeladen bist, runder ist kein Problem. Macht richtig Spaß. Das ist eigentlich total easy. Wirklich. Das ist kein Problem. Nur der Weg dann hoch durch die. Und die Bäumchen da unten zweimal Pause gemacht. Boah. Jetzt sind wir wieder hochgeladen. Wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal.